Der Winter ist vorbei Lovers of Sunshine Facts Vorteile sind vor allem die freie Zeiteinteilung. Erstens in der Tagesarbeitszeit und auch beim Urlaub nehmen, wann ich will und solange ich will. Der Nachteil ist natürlich, dass ich kein Fixesgehalt habe. Ich werde nur bezahlt nach Aufträgen. Ich bekomme einen gewissen Prozentsatz der Aufträge des Auftragsvolumens ausbezahlt. Und wenn ich Urlaub mache, verdiene ich daher auch nichts. Wir sind zwar sozial versichert, aber wir bekommen nur die Krankenhauskosten oder Arztkosten ersetzt. Wir bekommen aber keinen Verdienstengang, keine Gehaltsvorzahlung. Das gibt es nicht. Wenn ich also einen schweren Unfall habe, einen Knochenbruch, einen komplizierten und ich bin 5-6 Monate außer Gefecht, dann habe ich keinen Ersatzschluss der laufenden Kosten. Im letzten Jahr wurden nur Zweiräder gestohlen und mein anderes Rad wurde nur zweimal kaputt gemacht. Die Räder sind Privateigentum. Da wird von der Firma nichts gestellt. Die muss ich selber bezahlen und den Schaden selber ersetzen bzw. selber versichern lassen. Die Räder sind immer noch alle. Hier wurde von der Firma eröffnet. Die Räder sind alle. Die Räder sind alle. Die Räder sind alle. Das ist alles zu jedem, was ich ganz gut anfangen möchte. Ich mache sowieso anders, ich tue fotografieren, ich bin Hausmeister, ich wollte schon mal vor, das eine Zeit lang zu machen, ich habe keine Alternative und ich habe auch nicht den Druck, dass ich mir jetzt etwas anderes suche. Also, man könnte auch sagen, dass du dich eben von deinen anderen Jobs in diesem Job erholst ein bisschen. Es ist ein guter Ausgleich zu anderen Sachen, finde ich, weil man hat keinen Sport dabei und man geht gut umeinander, es halt dann frisch, man wird auch schneller unter den Sport, wenn man selbst Hause sitzt zum Beispiel. Also ja, am Anfang würde man schon sagen, es ist noch ein bisschen Angst vor den Autos auf den drei. Ja, ja schon, also wenn noch etwas passiert, glaube ich, ist mir eine Zeit lang mal ein bisschen geschreckter. Aber so konkret Unfall mit Autos, glaubst du noch nicht? Nein, ich habe immer rechtzeitig bremsen. Wie geht's das? Es ist ein bisschen wie du bist, dann noch nicht mehr so. Ja, ja, ja. Badlaugen. Ein bisschen. Ja, aber ein paar. So. Jetzt sind alle von Radlauge. Ja, Radlauge. Radlauge, reife Wetter. Du bist ja gerade frei, aber normalerweise könnte man schon eher sagen, dass das ein stressiger wurde. Wie gehst du denn mit dem Stress um? Stress? Wie schreiben wir das? Jana, gibst du mir die Kenntnis ein? Mach mal so. Ja. Ja. Wie weiter? Jana, sei. Also dann. Ja, bis später. Grüß Sie. Grüß Sie. Ich hole das da. Ach so, ja. Sie sind geboten. Genau. Ja. Moment. Ja, was soll ich noch im Namen ziehen? Draußen herrscht der kühlste Winter. Sie sitzt hier auf ihrem süßen Hintern. Kann nicht grüßen. Schaut mich nicht an. Ich muss weiter. Ich habe einen engen Terminplan. So. Hast du das? Du willst eher ein bisschen. Nein, ich will sie ein bisschen erst essen. Aha. Eifel. Ist gut. Okay. Ja, Moment. Das ist nun so. Schau mal bitte, oder? In dem Sinne. Na. Geht sich genau aus. Na bitte. Von zwischendurch muss, ne? So. Dann einen schönen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Es ist nicht so außergewöhnlich, als Frau jetzt auch so was zu machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Also ich fühle mich nicht irgendwie jetzt extra gefordert. Oder als ob ich mich jetzt total beweisen müsste. Gut, ich meine, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, sie wollen das nicht machen, weil es ihnen zu anstrengend ist oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das können ja Männer und Frauen sein. Also das ist nichts, was jetzt frauenspezifisch irgendwo ist. Wenn ich Stress habe, dann trete ich ihn eigentlich weg. Also das funktioniert ganz gut, dass man sich den Stress so wegfährt. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also in Wien, ich glaube es ist gut in Wien zu fahren. Ich bin schon in anderen Großstädten mal Fahrrad gefahren. Und da habe ich mich teilweise schon gefürchtet. Also ich glaube, dass die Autofahrer hier schon aufpassen. Und es gibt auch viele Fahrradwege, was ich sehr gut finde. Was ich auch gut finde, ist, dass es für eine Großstadt schon relativ viel Natur gibt. Das ist für mich gar keine Änderung. Das ist der Name, den ich seit ich drei bin. Also ich werde immer so genannt. Ich mag das. Wie gehst du mit Stress um? Ein Café? Zigaretten? Welche Musik hörst du gerne beim Radfahren? Oder privat? Privat höre ich gerne elektronische Musik beim Radfahren. Traue ich mich das nicht. Also es ist für mich die stärkste Abdenkung. Deswegen würde ich wirklich zu viele Umfälle produzieren, wenn ich Musik höre. Magst du Urlaub? Ich plane viel, wenn ich Urlaub machen möchte. Aber es ist runtergegangen in letzter Zeit. Ich werde bestimmt im Frühjahr nach Dominieren fahren. Samen. Abonnieren. Jetzt bin ich neben mir. Deine Musik. Pass auf, Randon, jetzt kommen ein paar Interviewfragen auf sich zu, es wird nämlich eine Dokumentation über Fahrboten gemacht. Ja, hallo, wir wollen da ein paar Interviewfragen stellen, zuerst mal, mit wem habe ich's überhaupt zu tun? Ja, Randon hier, gerade ein paar Minuten Sky. Gut, da steht die Adresse drauf, das muss im 15. Metzir. Wird dort bezahlt. Wird bei mir bezahlt, jetzt gleich. Okay. Das müsste eh ausgehen bis um 5. 52. 53. 54. 55. 95. 55. 55. 56. 50. colon z Mosch. 69. enses. 66. 85. Du bist jetzt den ganzen Winter auch durchgefahren, waren die Verhältnisse hart für dich? Ja, ein paar Mal schon, aber seit ich Funktionsunterwäsche habe, geht es eigentlich besser, wesentlich besser. Wiedersehen. Wie bitte? Wann poliert der Chef? Nein, wir bilden so einen Kurzfilm über das Fahren und das ist so nebenbei während der Fahrt. Das ist ein bisschen blöd, weil das Ganze nach links geht. Ich hoffe, dass man irgendwann sollte es irgendwie ausweichen. Mhm, mhm, mhm. Das ist ein bisschen blöd, weil das Ganze nach links geht. Ich hoffe, dass man irgendwann sollte es irgendwie ausweichen. Mhm, mhm, mhm. Servus. Guten Tag. Na, wir machen diesen Kurzfilm. Ganz lieb. Für's Making Of. Undyte Gäste. Kíasi. Ja, das ist so mit. Undyte. Wämmert... Ich bin sogarringlich. Aber nicht nur damit. Wämmert... Wämmert... Weil ich mich nicht mit ihm verhört. Wämmert... War? War?